Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der kompletten Serie The Expanse. Und das ist, wenn man so will, der zweite Teil unserer Wir-Besprechen-Sci-Fi-Serien-Reihe. Zuletzt habe ich hier besprochen, zusammen mit den Kollegen, die Serie Star Trek PK, die wir auf Amazon Prime Video sehen können. Und jetzt hatten wir irgendwie mega Bock, uns mit einer der besten, wenn ich sogar, wenn man der IMDb glauben darf, absolut besten Sci-Fi-Serie, die man angeblich gucken kann, zu widmen, nämlich The Expanse. Und wir sind gespannt, was da rauskommt, denn ich habe dieselben Leute wieder mit an Bord. Ich begrüße zunächst die Marsflotten-Kapitänin Anna. Guten Tag. Hallo. Und auch wieder mit dabei ist der Gürtler Patrick. Hi. Ahoi. Jo Leute, wir wollen The Expanse besprechen. Und das ist ja so eine Serie, die hat echt vier Staffeln. Und es gibt so exakt tausend Sachen, die man dazu sagen kann. Und das werden wir auch, glaube ich, ungefähr tun. Also ich habe heute die Folgeveranstaltung bzw. die Folgebesprechung gecancelt. Wir können also richtig viel Zeit lassen. Mein Bier ist noch kalt. Ich habe also jede Menge Zeit für euch. Und auch die Serie. Ich meins auch und ich habe sogar noch mehr. Optimal. Jo Leute, und deswegen werden wir hier auch mal volles Rohr wegspoilern. Das heißt also, wenn ihr euch anhören wollt, wie wir The Expanse fanden und ich glaube insgesamt übrigens gar nicht so schlecht, dann macht euch drauf gefasst, dass ihr ordentlich weggespoilert werdet. Wir setzen voraus, dass ihr die ersten vier Staffeln dieser Serie gesehen habt. Ja, aber ganz ehrlich, das ist jetzt schon ewig lang auf Amazon. Kann man sich angucken, wer es bis jetzt noch nicht gesehen hat. Schade, schade Schokolade. Passiert, ne? Ja, erzähl doch einfach mal, wie hast du von der Serie gehört, wann hast du wie gesehen? Erzähl mal so ein bisschen. Die war ja vorher irgendwie auf Netflix, oder? Genau. Genau, und da habe ich irgendwie mal so rumgezappt, einen langweiligen Sonntag, wie es so ist, und dann, oh, Science Fiction. Und davor habe ich mir irgendwie Alternate Carbon angeguckt und war dann voll auf Science Fiction, weil die erste Staffel war grandios. Und dann fand ich die ersten zwei Staffeln auch super gut. Und dann habe ich das aber irgendwie in Vergessenheit geraten, ähm, ist das irgendwie bei mir in Vergessenheit geraten. Und dann hatte ich auch irgendwie zwischendrin keinen Bock, mehr Serien zu gucken. Und dann kam es auf Amazon und dann habt ihr zu mir gesagt, hey, wie wäre es mit Express? Oh, geil, kann ich mir nochmal angucken. Und dann habe ich nochmal komplett von Anfang bis Ende alles angeguckt. Und, äh, ja, ich, grundsätzlich fand, mag ich die Serie schon sehr. Also warst du wieder so im Rausch drinnen quasi? Ja. Würdest du übrigens auch sagen, dass das eine der besten, wenn nicht gar die beste Sci-Fi-Serie ist? Nein. Nein, würdest du nicht sagen. Taucht ja bei vielen Listen in den Top-Rängen mit auf. Ah. Deswegen wollte ich mal fragen. Wir gehen auf die Details auf jeden Fall gleich noch ein. Pettig, wie sieht das bei dir aus? Du guckst hier echt eine Menge Zeug, also wirklich eine ganze Menge Zeug. Man könnte vielleicht meinen, auch irgendwie alles, aber dem ist es nicht so. Du musst schon noch auswählen, weil dafür gibt es zu viel. Erzähl mal, wie waren so deine Seherfahrungen mit Die Expanse? Also, ich habe schnell gemerkt, dass die Serie auch ihre Längen hat. Dadurch habe ich die einmal aus den Augen verloren, war dann nicht mehr motiviert, da weiterzuschauen, weil ich keinen Bock hatte, mich in diese ganzen politischen Verknüpfungen und so wieder reinzufüllen. Und deswegen habe ich das dann erst bei der zweiten Besprechung, als das anstand, mir dann nochmal von Anfang an nochmal gegeben. Und mich da dann, wenn auch manchmal Schwierigkeiten, durchgebissen. Also, ich finde es auch nicht die beste Science-Fiction-Serie. Dafür ist es mir ein bisschen zu verschachtelt, hat es ein paar zu viele Charaktere. Und es tritt mir ein bisschen zu viel auf der Stelle manchmal. Das heißt also, du hattest die jetzt nicht besonders auf dem Schirm, obwohl die plötzlich von Netflix auf Prime Video gewechselt ist? Ich hatte die nicht besonders auf dem Schirm deswegen, weil ich die dann irgendwann mal aus den Augen verloren habe. Und ich fand gewisse Elemente klasse. Und dann habe ich auch gemerkt, dass da so eine gewisse Soap-Dramatik drin ist. Also, dass die Konflikte erst in Episode 10 oder so richtig eskalieren. Und davor tritt man ordentlich auf der Stelle teilweise. Ja. Ich hatte vor so echt, keine Ahnung, zwei, drei Jahren das erste Mal die erste Folge gesehen. Da war die aber auch schon ein bisschen raus. Also, könnte es nicht so viele Jahre gewesen sein. Naja, sei es drum. Die ist 2014 gestartet. Die hatte immer wieder so Schwierigkeiten. War immer wieder kurz davor, gecancelt zu werden. Ab Staffel drei schon hatte das immer wieder so diese Probleme weiter geführt zu werden. So ein Firefly-Syndrom. Genau. Ein Kuppel hatte mir die empfohlen, denn der kannte die Buchvorlage. Das Ganze basiert wohl auf, ich glaube, neun Bücher sind es, die es inzwischen gibt. Oder das ist auch schon fertig, keine Ahnung. Und wir sind jetzt, glaube ich, was die Story angeht, beim Dreieinhalbten oder irgendwie so. Also, um das mal ins Verhältnis zu setzen, wie viele Staffeln da noch kommen könnten. Und das ist halt so eine Serie, da war die erste Folge halt irgendwie auch ein bisschen anstrengend. Zum einen ist es einfach so, dass gerade zu Beginn waren es mir einfach zu viele Charaktere. Es war anders als meine Sehgewohnheiten. Ich mochte zwar das Dreckige, aber das ist einfach in den ersten Folgen noch ein ganz anderes Budget und auch eine ganz andere schauspielerische Leistung als das, was wir jetzt zum Beispiel in der vierten Staffel auch sehen. Deswegen habe ich es irgendwann nach der, also ganz zu Beginn nach der ersten oder zweiten Folge auch wieder abgebrochen. Aber jetzt ist es von so vielen, also Leuten einfach hier, das ist eine geile Serie, guck sie dir an. Ich habe es gemacht und ich bereue es nicht. Es gibt viel Gutes, es gibt viel richtig Schlechtes und ich habe das in unserem internen Chat schon mal als, glaube ich, so eine Art Hassliebe beschrieben. Ich weiß nicht, irgendwie, ich war so drin im Rausch. Ich habe eh schon begrenzt viel Zeit, um mir Dinge anzugucken. Und häufig gehen dann eben auch Filme, die für den Cast besprochen werden müssen, erst einmal vor. Dass ich da privat was gucken kann, ist die absolute Ausnahme. Und so war das hier auch. Und jetzt habe ich mich da halt eben durchgearbeitet. Ich habe es nicht bereut, weil ich als Sci-Fi-Fan ja auch vielen Sci-Fi-Sachen was abgewinnen kann. Egal, wie kacke sie sind. Ich bin jetzt aktuell auch dabei, die Orville dann eben zu schauen. Das werden wir auch nochmal besprechen. Darauf gehe ich nicht weiter ein. Ein Beispiel, welche Serie besser ist. Ja, aber bei der Orville-Besprechung bin ich auch wieder direkt dabei. Das ist eine Serie, die habe ich sogar zwei, dreimal gesehen, weil mir die vom Pacing ja auch deutlich besser gefallen hat. Genau. Und deswegen war The Expanse für mich eine Serie, die ich jetzt hier einfach gucken wollte. Aber wie gesagt, ich habe es halt einfach liegen lassen. Bei dieser Hassliebe, da hast du schon reagiert, Anna. Das scheint dir eh nicht gegangen zu sein, oder? Ja, tatsächlich. Also, um nur ganz kurz ein Beispiel. Die Liebesgeschichte zwischen den beiden, die hat mich, zuerst habe ich mich gefreut und dann hat es wieder genervt und dann, oh mein Gott, reiß dich zusammen. Es war halt irgendwie so ein bisschen auf und ab und das war dann irgendwie so. Ja, woran liegt das denn? Der Patrick hat von Soap-Elementen gesprochen und die kann man echt nicht wegdiskutieren. Um es mal konkret zu machen, gerade in den, also eigentlich über alle Staffeln verteilt in den ersten beiden, kann man sagen, in den ersten dreien vielleicht noch eher als in der vierten, waren für mich ganz viele mega sinnlose Dialoge oder Streits drin, die einfach nicht, die sind einfach sinnlos. Die wurden unnötig aufgebläht, irgendwelche Aktionen von, von, von Figuren wurden gemacht, die ich nicht nachvollziehen konnte und wirklich Quatsch fand. Das wären für mich so gerade im Dialog. Die Dialoge sind teilweise erschreckend schlecht, erschreckend schlecht. Das hat mich wirklich mehrfach negativ irritiert. Meintest du sowas damit? Ja, auch. Also auch so ein paar sinnlose Streits und Labereien zwischen dem Hauptprobandenpärchen und was ich auch tierisch nervig fand, war die heroische Art von dem Hauptdarsteller, dass der einfach mal, Hauptsache ich habe jetzt was Heroisches rausgeblasen, deswegen muss ich das jetzt sagen. Ja, dem müssen wir uns definitiv nochmal genauer widmen. Genau, und dann habe ich jetzt die Welt gerettet mit dem Satz. Ach, bei mir war tatsächlich auch mit eins der größten Schwächen der Serie der Hauptdarsteller, also James Holden. Er wird immer so heroisch inszeniert, dabei sieht man von seinen heroischen Taten nicht wirklich viel. Er wird auf einmal Anführer einer Rebellion, wo ich denke, wieso denn? Also ich weiß nicht, ob der Typ es schlecht spielt oder ob die Synchro den auch so ein bisschen dumm verklingen lässt, aber irgendwie ist er für mich ein ziemlicher Chaot beziehungsweise ein ziemlicher Loch, dem ich diesen Anführerposten oder diesen Heldenposten nicht wirklich abkaufe. Darauf möchte ich gerne mal ein bisschen genauer eingehen, denn ich finde, er als Hauptcharakter, oder ist der Hauptcharakter. Bisschen auch Hauptcharakter wider Willen, glaube ich so. Also er hat, das war vielleicht, das wirkt nicht immer so. Er steht quasi stellvertretend für die komplette Story der Serie, die wir jetzt ja noch gar nicht besprochen haben. Also zunächst erst einmal muss man sagen, die Hauptfigur wird gespielt von Stephen Strait und Stephen Strait habe ich exakt noch in einem anderen Film gesehen. Bei unseren Kollegen von Tiberius Film hat er im Film mitgespielt The Perfect Human. Dort gibt er einen Roboter in Menschengestalt, wo er so ein bisschen die Grenze zum Menschlichen einfach übertritt und im Laufe des Dims wird klar, warum das so ist. Dort muss er vor allem schön sein, sehr oft nahezu ausschließlich entweder nackt oder in sehr knappen Klamotten rumrennen, weil der ist einfach mal super top durchtrainiert, dieser Mann. Und ansonsten kann er so ein bisschen arrogant über den Dingen schwebend schauspielern. Das war mal ganz cool, nachdem ich ihn halt eben hier in The Expanse gesehen hatte. Und er ist ja wirklich so eine Figur, die ist dann zum Beispiel in der ersten Staffel einer von insgesamt fünfen, später sind es ja eben nur noch die vier, warum will ich nicht verraten, weil vielleicht einer stirbt, Reusper, Reusper. Der ist ja, eigentlich sind die alle gleichberechtigt. Das sind irgendwie so Leute, die auf einem Asteroiden, glaube ich, Dinge abbauen oder zumindest transportieren. Und dann gibt es halt die Situation, dass sie auf sich gestellt sind und dann gibt es so, wenn man so will, ganz leichte Machtkämpfe um die Frage, okay, wer ist jetzt eigentlich der Chef an Bord? Und naja, aufgrund von, weil ist so, ist er das plötzlich. Und da fragte ich mich schon das erste Mal, hä, was soll denn das jetzt eigentlich? Und so viel mal vorweg, der Patrick hat es gerade schon gesagt, er wird irgendwie auch noch als Beispiel eben jetzt auch Anführer beziehungsweise Gesicht einer Rebellion. Und es gibt so ganz viele andere Momente von der Frage, ist er jetzt gerade der Messias? Bis hin zu ist er jetzt gerade der Vertreter der Menschheit? Bis hin zu ist er jetzt gerade der Retter der kompletten Menschheit? Ist alles dabei? Ich habe da so einen leichten Vergleich, also ein bisschen der Jon Snow für Kassenpatienten. Ja, ja. Warum ist das ein guter Vergleich, Patrick? Nicht nur, weil er vom selben Synchronsprecher, von Patrick Roche, gesprochen wird, sondern weil er vom Typus auch ähnlich ist. Er ist so unser Held wie der Willen, der immer wieder in Positionen gedrängt wird, auf die er eigentlich keinen Bock hat und sich dann trotzdem durchschlagen muss. Ja, sagen wir nicht jetzt für Kassenpatienten, sondern der Jon Snow für Science Fiction. Das hört sich, glaube ich, besser an. Ja. Das Ganze basiert ja eben auf Büchern, die habe ich jetzt nicht gelesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Figur ist oder so, ohne es zu wissen, reine Spekulation, dass das vielleicht eine Figur ist, die ist erst einmal geschrieben worden und danach hat sich jemand gefragt, okay, was machen wir jetzt eigentlich mit dem? Denn wirklich, der hat so viele verschiedene Funktionen in der Serie und die wenigsten davon präsentiert er glaubhaft. Und man muss es wirklich sagen, ich habe die komplette Serie auch auf ihm synchronisiert gesehen, auf Deutsch. Vielleicht war das ein Fehler, denn, also tut mir leid, lieber Patrick Roche, aber das war jetzt nicht so prall. Du wirst besser in der Synchronisation von dem, aber entweder hattest du nicht viele Möglichkeiten aus dem quasi Drehbuch, aus der deutschen Synchro oder irgendwas zu machen oder aber das war einfach teilweise absolut unglaublich. Wenn er dann jetzt eine Rede halten muss, das war nix in vielen Fällen oder wenn er jetzt besonders emotional reden muss, das war nix. Du machst den auch so besonders tief und so, aber so sieht der Typ überhaupt nicht aus. Mal ein konkretes Beispiel, ich war jetzt die Tage bei den Kollegen von Steven Spoilberg zu Gast und da ging es um, warum ist egal, um den Vergleich, wie alt war Bruce Willis, als er Die Hard gedreht hat und wie alt ist Steven Strait heute, weil wir halt so ein Spiel gespielt haben und der ist jetzt gerade schon älter, als der Bruce Willis gewesen ist, als er Die Hard gedreht hat und er sieht aber einfach aus wie ein Milchbubi mit drei Tagebart, ein durchtrainierter Milchbubi mit drei Tagebart. Im Gegensatz zu Bruce Willis, der halt schon immer aussieht wie ein alter Mann. Ja, und das ist halt so der Unterschied. Der ist so auf die Welt gekommen. Der ist so auf die Welt gekommen, genau. Also ich will nur sagen, das ist bestimmt ein guter Schauspieler, er ist immer besser geworden, wirklich, ich finde ihn von Staffel zu Staffel besser, aber so ganz oft wirkt es, der wirkt für mich so mega wie so ein, wie so ein, also wenn ich wüsste, wüsste, was man mit dem hätte anfangen sollen. Weiß ich nicht, also das wird jetzt, ah ja, ich glaube ich auch ein bisschen, aber das sind so meine Eindrücke von der Figur. Mein Lieblingscharakter war ja eher der von Thomas Jane gespielte Miller, also das ist wirklich so ein Privatdetektiv, der auch aus Blade Runner entsprungen sein könnte. Immer wenn es der Bild ist, war so richtig dreckig, da war auch die Stimmung anders, den hätte ich eher gerne als Hauptdarsteller gesehen, weil er einfach das komplette Kontrastprogramm zu unserem Hauptdarsteller war und... Da hat so eine schöne Noir-Atmosphäre reingebracht, fand ich. Genau, richtig. Und eben deswegen fand ich das schade, was mit ihm später passiert ist. Wir sind ja im Spoiler-Talk, er ist recht schnell weg vom Fenster und dann ist Stephen Strait quasi auf sich alleine gestellt, was dann für mich erstmal die Serie wieder schwächer gemacht hat auch. Ja, wir hacken jetzt natürlich sehr auf der Serie rum und wir sagen ja Hassliebe und wir werden, also ich werde definitiv weiter gucken und wir kommen noch auf die ganzen guten Punkte zu sprechen, keine Sorge, ich habe ja noch eine Liste an Dingen, die ich saugeil finde, deswegen gucke ich diesen geilen Scheiß ja. Aber es gibt Sachen, die liegen mir so auf dem Herzen, die muss ich thematisieren und unter anderem hast du gerade gesprochen eben von Joe Miller und wir sind eben wie gesagt ein Spoiler-Partner, du hast es gerade schon erwähnt, er verlässt die Serie dann zumindest zeitweise erstmal. Und ehrlich, das war so dermaßen hohl, der komplette Plot ist absolut bescheuert. Das geht um folgendes, er ist ja Ermittler, er ermittelt in einem Mordfall und Stück für Stück kommt raus, dass die Dame, die da gestorben ist, die natürlich gefunden wird und es hat einen mega Impact und quasi, also wie heißt das denn, wenn man immer wieder ein Ding braucht, um die Handlung voranzutreiben, Patrick, da gibt es auch einen Fachbegriff für. McGuffin. McGuffin, also es geht um eine sogenannte, wie heißt diese Teilchen? Protomoleküle. Protomoleküle, genau. Und dieser Mordfall ist mit diesem Protomolekül verbunden, dieses Protomolekül, echt, das wird so geschrieben, wie es gerade gebraucht wird. Das ist wirklich, das ist wirklich ein McGuffin. Das sind jeder, in jeder Staffel ist das eigentlich was anderes, basiert nur irgendwie auf dem Step. Boah, das hat mich auch echt gelernt. Das ist wirklich, wie man es gerade gebrauchen kann, macht man irgendwas damit, egal. Auf jeden Fall. Wird am Ende der, ich glaube, ist es sogar die Ende der ersten Staffel, wo sie die finden? Das Ende der zweite Staffel. Die zweite Staffel. Es trifft halt der Miller, unser im Laufe von zwei Staffeln liebgewonnener Polizist, der mit dem wir echt was durchgemacht haben, auch und der eigentlich auch so ein bisschen immer ins Herz wächst. Der findet jetzt dieses Mordopfer, wenn man so will, die Leiche. Die vermisste Person. Und kurz vorher wird von einem Dritten erwähnt, dass er sich scheinbar zu sehr mit diesem Opfer identifiziert und sich vielleicht in dieses Opfer, ohne es jemals getroffen zu haben oder sie zu kennen, vielleicht verliebt haben könnte. Und zack, wird das als die Wahrheit präsentiert, als, ja klar, der hat sich doch verliebt, der kennt die doch. Und dann kommt es halt zum Tod, weil das ist eine besondere Situation und bla bla, Bruttomolekül, bla bla. Absolut bescheuert, wirklich. Das ist absolut bescheuert. Die Umsetzung ist bescheuert, die Szene ist optisch toll, aber das war es dann auch. Ja, und das Ding zusammen in den Sonnenunternehmen. Alter, ist das bescheuert. Ganz im Ernst, ich verstehe ja, dass man sich ganz attraktiv findet, wenn man ein bisschen miteinander geskypt hat, ja. Ja, aber ehrlich, wo ist denn da Liebe? Sie sieht ihm in der Szene, wo sie gemeinsam sterben, das erste Mal. Er weiß garantiert nicht, wie die Lieblingsfarbe von ihr ist, weißt du wie? Und wo ist denn, da kommt ja da plötzlich die Liebe her. Das fand ich dermaßen dumm, das hat mich richtig aufgeregt, wie er vielleicht merkt. Absolut verständlich. Das könnte auch aus einem 19er-Action-Film sein. Kennen sich seit fünf Minuten und schon fangen sie an, sich zu küssen und zu sagen, ach, ich liebe dich, ja, geil, super. Ja, da bin ich auch emotional, wenn ich wird gekommen, vor allem sind sie dann schön. Ja, dann haben sie es halt so gemacht, Punkt, er ist tot, war traurig, aber in der heutigen Zeit verliert man auch mal Hauptfiguren, das ist auch völlig in Ordnung, aber dann kommt er wieder zurück. Auf eine sehr lustige Art. Blöd. Ja, zumindest kommt er anders zurück, ne, also. Ja. Ja. Als hätte man sich auch ein bisschen sparen können, irgendwie als Halluzination. Protomolekül-Halluzination. Ja, aber die ist dann auch noch real, weil die ihm dann Sachen sagt und die ist dann auch mit dem Protomolekül, das habe ich dann auch überhaupt nicht verstanden. Gut, das ist jetzt dann in der letzten Staffel, komm da zurück, aber das war total wirst. Das war in der vorletzten schon, da wurde es angeteasert, dass er ein bisschen durch ist, durch ihn ist er ja auch erst in diese Portale da geflogen, dann hat er ihn in der vierten Staffel noch weiter begleitet, also er war schon wieder ab der dritten dabei irgendwann. Aber gut, dass du die Portale ansprichst, ne, also weil so ein bisschen könnte man ja das Gefühl bekommen, dass durch den Wechsel auf Prime Video und damit ja auch ein Wechsel der Geldgeber eine Neuausrichtung der Serie stattgefunden hätte. Dem ist ja nur begrenzt, also vielleicht im optischen Sinne der Fall und sicherlich auch was das Budget angeht, aber eigentlich basiert das Ganze ja eben auf einer Vorlage. Insofern ist diese Geschichte mit den Portalen, die, wenn man sich nur die Serie anguckt, echt so ein bisschen wirkt wie, als wäre die jetzt so aus dem Nix da. Also es ist ja am Ende der dritten Staffel so, dass das halt überhaupt da zur Portalbildung kommt und von da aus geht es ja weiter. Aber eigentlich erfindet sich die Serie wirklich jede Staffel komplett neu und man geht auch jedes Mal ein Experiment und ein Wagen ist ein, ob das funktioniert und es hat meistens funktioniert, so was die Overall-Handlung, Insgesamt-Handlung angeht, aber es wirkt schon so, als wäre jetzt zur vierten Staffel dann nochmal jemand auf die Idee gekommen, die Serie völlig umzukrempeln. Ich war in dem Moment, wo das passierte, sogar richtig genervt, weil ich dachte erst mal, da kamen so Tentakel und ich dachte, ach nee, buddeln die jetzt Space Cthulhu aus oder was soll die Scheiß und dann kamen auf einmal so Portalringe und dann dachte ich mir, wird das jetzt ein Stargate-Rip-Off? Ich wusste erst gar nichts damit anzufangen. Das ist aber total lustig, weil zuerst war es ja irgendwie so eine Art Virus, dann war es irgendwie so eine Art Killermutant, dann sind es Portale geworden und zum Schluss ist es irgendwie eine riesengroße Alien-Kommunikation auf einem Weltraum-Ding. Genau. Also, das war ein bisschen zu ... Also, das Virus hat sich krass entwickelt. Deswegen sage ich ja, also MacGuffin war der Begriff, der mir vorhin nicht eingefallen ist, das wird immer so genutzt, wie es gerade gebraucht wird. Also letztlich hätte man hier auch einfach wahrscheinlich, ohne die Bücher zu kennen, ohne die Serien zu kennen, einfach viele kleine Miniserien drehen können und hätte es halt dann nicht Protomolekül genannt, sondern anderes irgendwas. Er hätte einfach viele kurze, nette, kleine Geschichten erzählen können und damit zum Beispiel auch vermieden, dass Charaktere plötzlich Handlungen bekommen, die absolut irrelevant ist. Zum Beispiel die ... Wie heißt denn? Die Dame gespielt von ... Frankie Adams, die Bobby. Bobby lernen wir in der dritten, glaub ich ... Oh Gott. Wann lernen wir Robby kennen als Marzianer, ähm, Marine? Zweite oder dritte Staffel lernen wir die kennen, sei es drum. Ach, die waren der zweiten, wo die Marzianer dann ein bisschen mehr charakterisiert wurden. Die ist natürlich erstmal interessant und man fragt sich immer, okay, ist die ein bisschen chubby oder ist die einfach mega trainiert? Aber ich glaube, die ist ganz cool und die ist auch ein cooler Charakter und die bundelt auch so ein ... Also, auf freundschaftlicher Ebene mit unseren Protagonisten an und die gehört irgendwie letztlich auch zum Hauptcast dann irgendwann dazu. Wenn man jetzt aber zum Beispiel weiß, dass die ... Deren Handlungs-Arc im Buch, hab ich gelesen irgendwo, der ist quasi beendet mit dem Marzianer-Kriegen und dann ist die erstmal nicht mehr da. Das heißt, alles, was wir wissen von ihrer ... Ihre komplette Handlung, die auf dem Marz dann stattfindet, wo sie sich einem Gangster anschließt, wo sie halt für den Jobs macht und sowas, ne, die ist komplett zusätzlich geschrieben und so wirkt sie auch ein bisschen. So ein bisschen, ja, ist ganz nett, wie wir den ein bisschen Bobby kennen, aber eigentlich hab ich diese Information jetzt alles halt nicht gebraucht, weil die für die Gesamthandlung jetzt nicht so den Mega-Progress bieten und wenn man das weiß, dann ist es halt wirklich schade. Die konnten natürlich die Figur, die Frankie Adams hatte wahrscheinlich Verträge eben für eine komplette Staffel und Leute haben sie gern liebgewonnen irgendwie, aber das wirkt halt schon einfach ein bisschen gefüllt und so will ich damit sagen, von dem einen oder anderen Charakter, die eine oder andere Charakterentwicklung wirkt schräg, merkwürdig oder und unnötig und das finde ich dann schon auch ein bisschen schade, wo Bobby eigentlich ein cooler Charakter ist, aber vielleicht ist manchmal so eine Auszeit, so wie den eben auch dieser, diese Joe-Miller-Figur hatte, doch die bessere Option. Ja, die Bobby, die fand ich eigentlich ziemlich cool, die hat mir schon echt gefallen. Äh, ja, die ist ja dann irgendwie so auch ein bisschen, äh, nachdem sie vom Mars verstoßen wurde, Security von der Präsidentin oder die Präsidentin? Ja, sie ist so ein politischer Spielball, würde ich sagen. Na, Flüchtling, sie flüchtet ja vom Mars, weil sie desertiert quasi und dabei lernt sie halt total zufällig die Christian Avasarala statt, die auf kurz oder lang der Kopf der Menschheit ist. Ja, ja, vielleicht sollte man auch dazu erwähnen, es gibt ja drei Fraktionen, es gibt die Gürtler, also sozusagen die, die Slums der, der, der Menschheit, dann gibt's die Marsianer, das sind sozusagen die Klingonen und dann gibt's halt die Erde und die Erde ist halt einfach so die, die Herrscher, das Herrschergeschlecht, so in der Richtung, stellt sich das dar, aber auf der Erde gibt's halt einfach auch extrem viele Slums, aber die Reichen und Superreichen, die sind halt immer noch auf der Erde. Ja. Und, genau, und die, äh, Avasarala, die ist dann sozusagen die Anführerin der Erde und dann, ähm, versuchen die halt einfach sich immer gegenseitig auszuspielen, vor allem auch das, äh, Protomolekül, hab ich manchmal das Gefühl, das versucht auch immer so auszuspielen, ja, dass halt, äh, Erde und Mars zusammen Krieg haben. Die sind ja, die schrappen ja eigentlich die ganze Zeit am Krieg vorbei. Ja, definitiv. Und, äh, das, das hat dann auch irgendwann mal so ein bisschen genervt, weil dann die einen wieder die anderen ausgespielt haben und dann, jetzt macht's halt Krieg oder nicht. Das ist, war dann so ein bisschen schwierig, dann auszuhalten, äh, weil, ja, es hat halt einfach irgendwann mal genervt. Man muss halt mal klarstellen, dass der, die ganze Serie aus meiner Sicht eine positive Sache, eine wirklich, wirklich vielen positiven Sachen, ist natürlich der Realismus. Das ist eine Serie, klar, die Science-Fiction-Elemente, wie die einen schnellen Antrieb, diese ganze Geschichte mit diesem Proto-Element und viele weitere Dinge, aber das ist insgesamt eine Serie, die ist verhältnismäßig realistisch. Der Zustand der Erde in der Zukunft, der Zustand der Gesellschaft in der Zukunft, der potenzielle Krieg, der sich zwischen den drei Fronten oder beziehungsweise drei Parteien ergibt, der ist absolut glaubhaft. Die Geschichte, wie sich dann zum Beispiel auch Körper anpassen, wenn sie in der dritten Generation nur noch im Weltall existieren. Das fand ich gut. Das sind wirklich absolut glaubhafte, gute Dinge. Wie sieht's aus, in der ersten Staffel verdreht das schon auf Wassermangel auf so einer Station. Auf Ceres war's, glaube ich, wo dann Leute natürlich, wenn Wasser knapp ist, aber die reichen Geld haben, um ihre Beete zu bewässern, dann wird natürlich da das Wasser abgezapft von irgendwelchen Leuten. Und so gibt's ganz, 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 ganz viele kleine Dinge, die wirklich gut sind, glaubhaft. Dieser Realismus, den find ich fantastisch und deswegen, es ist einer der Gründe, warum ich da dranbleibe am Ball und zum Beispiel eben auch der Krieg, den du gerade hattest. Warum ist der Krieg denn nur so angedeutet? Warum gibt's denn da nur dieses aneinander, dieser kurz vorm Krieg-Moment, dieser quasi kalte Krieg-Moment, warum gibt's den? Ja, weil das wahrscheinlich so sein wird. Die einen, die Menschheit, hat quasi Schiffe, die sich halt schon länger haben, aber in einer großen Menge und der Mars, der, ach, erst wirkt wie die Bösen, aber das sind nicht nur die Bösen, ganz im Gegenteil. Die haben auch wirklich hehre, große, wundervolle Ziele, nämlich den Aufbau des Mars zu einem lebenswerten Planeten. Die haben halt aufgrund ihrer recht jungen Kultur einfach sehr moderne Schiffe und sehr eindeutig auch auf Krieg, zum Beispiel ausgelegte Kriegsschiffe, zwar also weniger, aber effektiver und du willst einfach nicht in einer Riesenschlacht ein paar tausend Menschen unnötig sterben lassen, weil du einfach nicht weißt, wie es weitergeht. Gerade eben auch, weil beide Seiten jetzt zusätzlich noch auch Massenvernichtungswaffen haben. Und all das sind Punkte, die wirklich für einen hohen Realismusgrad sorgen. Ja, das stimmt. Es ist nicht nur das, es gibt ja dann auch so richtig schön eklig splättrige Effekte, wenn zum Beispiel angedeutet wird, was passiert denn, wenn so ein Raumanzug plötzlich einen Riss hat oder was passiert, wenn plötzlich die Schwerkraft aussitzt und du bist mit einem All. Das sind dann wirklich so diese geilen Momente, wo dann auch so ein bisschen das Horrorfeeling reinkommt, wo du dann denkst, wow, also hättet ihr dieses Pacing öfter, dann wird die Serie bei mir auch deutlich besser wegkommen. Weil sowas wird dann unnötig ausgebremst durch unsere Bobby, die dann wirklich folgenlang nur so ein bisschen auf der Erde ist, als politischer Spielball benutzt wird und du denkst, dann ist das eigentlich noch Science Fiction und dann kommt auf einmal einer, der sagt dann so Protomoleküle. Ach ja, okay, wir sind wieder in der Science Fiction Serie. Also da war wirklich auch wieder das Protomolekül so beliebig, um dann einzustreuen, ja wir sind Science Fiction, lass das mal wieder einen erwähnen. Ja, aber da wird eigentlich auch viel drauf eingegangen, dass es die Bobby, die lebt ja die ganze Zeit nur in engen kleinen Räumen und dann kommt sie auf die Erde und ihr das erste Mal schlecht und sie fühlt sich halt einfach wie ein Brockenstein. Nein, sie braucht eine Sonnenbrille und sie hat Probleme damit in die Weite zu sehen und das fand ich einfach auch, das was Andi schon gesagt hat, das war wirklich realistisch umgesetzt und das fand ich dann aber auch teilweise gut. Auch diese Foltermethoden auf der Erde, Gürtler zu foltern, die muss man einfach nur ins Trockene stellen und die brechen ineinander zusammen, weil sie halt einfach keine Muskeln haben und Gürtler auf der Erde können halt einfach nur im Wassertank überleben und sowas fand ich eigentlich dann schon ziemlich gut. Ist dir aufgefallen, wie die Gürtler unterschiedlich dargestellt wurden? Ja, viel größer und schlagsiger, stimmt ja auch. Genau, das war nochmal eine Änderung, die man vorgenommen hat in der Serie während des Drehs, weil es einfach nicht praktisch war, du konntest nicht komplette Gürtler, die ja wirklich also hier einen Großteil auch dargestellt werden, die auch teilweise Protagonisten sind ja teilweise auch Gürtler, die konntest du nicht alle so darstellen, das ging einfach nicht. Und auch nochmal eine ganz nette Information am Rande, gerade weil wir so Veränderungen während der Serie hatten, der Ehemann von der Avasarala wird im Laufe der Serie von zwei verschiedenen Männern gespielt und ich finde die Umbesetzung absolut falsch. Also der neue Ehemann wirkte im Gegensatz zum ersten Ehemann, der wirklich das gut gemacht hatte, wirkte der auf mich ungefähr 15 bis 20 Jahre jünger als seine Ehefrau. Das war einfach alles ein bisschen Quatsch. Also das fände ich schade, dass man es da nicht nochmal geschafft hat, den anderen Mann wieder mit ranzuholen. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal gemeint haben. Ach, ja, ja. Genau, der wurde ursprünglich nämlich gespielt von Brian George, den kennt man unter anderem auch als Vater von einer der Figuren aus Big Bang Theory. Ja, vom Inder. Und Arjun heißt der Ehemann, wurde dann auch nochmal gespielt von einem anderen Mann. Arjun wurde nochmal gespielt, dann später von Michael Ben-Jair. Ja, und da können wir auch gleich mal auf die Alters klicken. Also der erste Schauspieler ist Jahrgang 52, während der andere Jahrgang 70 ist. Ja, also merkt ihr schon, da liegen 18 Jahre zwischen den beiden Schauspielern. Das ist nichts gewesen. Die ist mir aufgefallen und wenn sie mir auffällt, dann ist es ein Problem. Ja, aber da habe ich auch, sag mal, geht die jetzt gerade fremd? Ich habe da irgendwas... Ja, genau, ja. Oh, sie hat einen jüngeren Liebhaber, den anderen abgeschoben. Also das war ein bisschen komisch. Dann hat er ihr auch die ganze Zeit reingeredet und hat sich dann irgendwann so gegen ihren Führungsstil gewehrt. Und das, ja, gucken, wie es zwischen den beiden weitergeht. Das war ja nicht nur eine Austauschung des Darstellers, sondern der Charakter war danach auch komplett verändert, wo ich mir dachte, äh? Wo ist das Kind, auf das der eigentlich aufpassen muss? Ist der nicht in der ersten oder zweiten, also irgendwann in der ersten Staffel ist er doch mit, ich vermute mal dem Enkelkind, ich glaube, ihr Sohn ist ja tot. Wo ist er nicht mit dem Enkelkind auf den Mond gegangen? Stimmt, die sind dann mal weg. Die sind auf den Mond gegangen, wo jetzt der sicherer war zu dem Zeitpunkt scheinbar. Wo ist das Kind? Spielt nie wieder eine Rolle. Ist weg. Ist auch nur zehn Episoden dabei. Oh Gott, ja. Okay, aber jetzt haben wir hier verschiedene Charaktere und ich finde, da gibt es auch eine Menge Charaktere, die man mal positiv hervorheben möchte. Meine wirklich mit Abstand Lieblingsfigur ist Amos. Amos Burton, das ist hier die Maschine. Ja. Der Typ, der gibt Maul. Ich nehme mich auch am besten. Der Typ ist aus vielerlei Gründen wirklich interessant. Nicht nur, dass das ein Typ ist, der im Notfall einfach mal die Scheiße rettet und alle mal hier allein als ein Mann Armee wirklich Dinge regeln kann. Der Typ ist außerdem auch noch einer, wo wir jetzt schon immer mal Andeutung über auch seine Vergangenheit haben. Wir haben bis Ende der vierten Staffel nicht mehr als nur eine Ahnung, wie er eigentlich zu dem geworden ist, was er ist. Aber ich finde das dermaßen interessant. Ich will unbedingt wissen, wie es dazu kam, was der zu erzählen hat, wie der jetzt genau aufgewachsen ist. Und ich fände es schade, wenn das nicht nochmal eine Rolle spielen würde. Ja, doch, den Amos, den habe ich auch total gefeiert, weil er einfach auch, das war halt einfach der Badass-Charakter da drin. Und die anderen diskutieren und oh, mi, 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 mi und Sand im Höschen und er haut halt einfach in die Fresse. Und das fand ich halt, das hat einfach viel gerettet in der Serie. Er ist halt auch derjenige, der sagt, ey, was eiern wir hier ewig rum? Oder wo ich ihn auch besonders mochte, war, als er die Kinder gerettet hat und dann sagt, hier, bring die mal weg. Du bist kein Killer, aber ich übernehme das jetzt mal. Ja, das fand ich schon klasse von ihm. Definitiv. Er hat viele tolle Szenen. Er ist auch unterschiedlich im Umgang mit den anderen Crewmitgliedern. Mal denkt man, er hätte vielleicht was mit der einen, aber klar wird irgendwann, nee, der hat niemanden irgendwas. Und der ist auf jeden Fall ein toller Typ und ich denke, der bereichert die Serie aus meiner Sicht sehr. Ja, wenn sie den töten, dann schau ich nicht mehr. Dann geht's nicht mehr. Wir sollten den Hauptcast auf jeden Fall nochmal komplett durchgehen, finde ich. Anna, wie hat dir denn dieser Alex Kamal gefallen, der Marziana im Schiff gespielt von Kes Envar? Den fand ich eigentlich relativ sympathisch. Irgendwann mal fand ich den so schlachsig, so ein lustiger Single, der irgendwie so ein ewiger Junggeselle irgendwie ist. Später kommt dann doch dann raus, was ihn halt einfach unglaublich sympathisch gemacht hat, dass der halt tatsächlich dann noch Frau und Kind hat und sein Sohn ist stolz auf ihn und so weiter. Das hat ihm dann so eine gewisse Tiefe auch noch gegeben. Am Anfang habe ich ihn nicht so wirklich ernst genommen. Er war halt dabei und er war halt so dieser typische Raumschiff-Lenker, der halt so schlachsig gesprochen hat. Ah, das geht jetzt nicht, das geht jetzt. Ah, haha, es geht doch. Und ich habe ihn am Anfang echt nicht wirklich ernst genommen. Aber dann so von Staffel zu Staffel hat er halt einfach auch eine schöne Tiefe aufgebaut und dann auch mit dem Zerwürfnis mit seiner Familie, dann hat er mir auch wirklich leid getan. Und ja, mir ist er ins Herz gewachsen von Folge zu Folge. Interessant, dass du sagst, dass das Familien-Ding aus deiner Sicht dafür sorgte, dass er, also dass du ihn positiver wahrgenommen hast. Ich hatte genau die gegenteiligen Effekte. Patrick, wie sah das bei dir aus? Ich hatte Mitleid mit ihm, aber im Vergleich zu den anderen war er halt dann nicht so gut, aber immerhin noch einer der wenigen Charaktere, mit denen ich so halbwegs connecten konnte. Ja. Hat aber bis auf das Familien-Ding jetzt auch noch nicht so viele ... Nee. Er muss mit allen so ein bisschen befreundet sein, auch mit Bobby und so. Wahrscheinlich, damit man die alle mit so ins Team holen kann. Und er ist scheinbar der Pilot und irgendwie auch so ein bisschen Hacker, aber nicht so ein krasser Hacker wie Naomi. Ja, irgendwie so. Ja, und nicht falsch verstehen. Ich mag diese Bobby, aber sie hat viele undankbare Handlungsstränge, bei denen sie einfach mitgeschliffen wird. Das tut mir halt für den Charakter ziemlich leid. Mhm, definitiv. Ja, und weil ich sie gerade angesprochen hatte und letztlich eine der wichtigen Frauen im Team, die viele wichtige Szenen hat, aber auch eine Menge Quatsch, ist die von Dominic Tipper gespielte Naomi Nagata. Ja, Anna, erzähl mal, was war da so dein Eindruck von ihr? Oh, am Anfang fand ich die ziemlich cool, hat auch Spaß gemacht. Und dann irgendwann mal hat sie mich genervt. Das war so dritte Staffel. Es wurde dann auch immer so ein bisschen anstrengender. Und dann hat sie einfach auch das Proton verschenkt an die Gürtler, was ich auch irgendwie verstanden habe. Und ja, also irgendwie so von Staffel zu Staffel. Genau der umgekehrte Effekt hatte mich irgendwie ein bisschen mehr genervt, weil irgendwie wollen Jim und Naomi da jetzt irgendwie eine Familie gründen und keine Ahnung, oder ist mir dann irgendwie ein bisschen zu eng geworden, weil ich sehe die alleine als Badass in einer Welt von Männern, die halt einfach, ja, irgendwie immer anstrengender. Wobei ich bei ihr noch in der vierten Staffel so diesen Realismus cool fand, beziehungsweise interessant, dass sie da bei der Neubesiedlung nicht wirklich mitmachen konnte, weil sie diese andere Schwerkraft und so nicht wirklich vertragen hat. Das fand ich dann schon wieder einen interessanten Aspekt, der aus ihr rausgeholt wurde. Ja, aber der Realismus macht sie nicht sympathischer. Nein, nein, das nicht, aber durch ihren Charakter wurde da in der Hinsicht dann nochmal Realismus rausgeholt. Warum hat der Amos das nicht gehabt? Der müsste doch auch Gürtler sein. Ja, der Amos, der kommt von der Erde. Der kommt irgendwie aus... Ach doch, von der Erde? Ja, ja, doch, der kommt von der Erde. Der war, ich weiß nicht, glaube ich, irgendwo aus Amerika. Ich hab's vergessen. Okay. Ja, aber gerade, weil du es mit Frauen hattest, die da derbrocken, also was meine Lieblingsfrauenfigur ist und ich find die Asa Avasarala schon gar nicht schlecht, zumindest meistens, auch eine Figur, die immer anders geschrieben wird. Wer mir wirklich sehr viel besser gefallen hat und wer mir vor allem auch immer besser gefällt im Verlauf der Serie ist Drummer. Drummer ist eine Kapitänin von einem großen Schiff. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie das Schiff jetzt im Detail heißt, aber die fand ich ganz cool. Die wird gespielt auch von einer Person, Name, also genau, auf der Tycho, auf der Tycho, so rum, nicht Tycho, auf Tycho heiße ich auf Deutsch, und ist die beste Freundin von Naomi und jetzt krieg ich gleich auch raus, von wem die gespielt wird. Oder habt ihr das schon irgendwo? Nein, ich weiß nicht, dass die von der Khaleesi-Darstellerin synchronisiert wurde, wodurch noch mehr Game of Thrones-Vibes aufkamen für mich. Aber die hat sie, also da, das ist wirklich eine coole Darstellung von ihr, aber dieses Nasala, das hat mich irgendwann mal dermaßen aufgeregt, weil sie die ganze Zeit so depressiv durch die Nase geredet hat. Kara Gee, so, jetzt haben wir es. Genau, also die ist zumindest eine starke Frauenfigur, die auch interessant ist. Bisschen blöd war der Plot, wo sie sich mit diesem anderen Typen, nicht unbedingt um die, um das kommen, wie heißt das, um die Kapitänsmütze auf der Tycho streitet, aber wo es immer so ein bisschen so hin und her geht, wo du die weißt, sind jetzt eigentlich miteinander da oder füreinander und was wollen die jetzt eigentlich und so. Das war ein bisschen nervig, weil sie da, da verliebt sie was von ihrem Badass-Moment irgendwie. Ja. Ja, ja. Aber ich fand die eigentlich auch ziemlich cool, die hat mir, also die, die war auch einer meiner Favoriten. Aber trotzdem, ähm, die, die, die Synchro hat viel kaputt gemacht da, hat mich tierisch genervt. Ja, wahrscheinlich ist das so. Ja, ja. Im schlimmsten Fall kommt dir da Hermine bei ihr hoch, also kann ich verstehen. Vielleicht haben die tatsächlich da in der deutschen Synchro ein paar nicht ganz so gute, äh, Wahlen getroffen, würde ich sagen. Nee, oder einfach, äh, während der Synchro nicht die Nase abklemmen, das ist... Eine bewusste Entscheidung. Während der Synchro nicht mit dem Mund schutzt, das kann scheiße klingen. Das waren auf jeden Fall eine Menge wichtiger Charaktere, wir sind glaube ich vom Hauptcast alle einmal durchgegangen jetzt hier, da könnte man sicherlich noch viele erwähnen, denn so bei ja insgesamt vier Staffeln gibt es natürlich eine Menge Figuren, die da aufkreuzen und da gibt es noch eine Menge, gibt es noch welche, die ihr jetzt gezielt noch rauspicken wollt noch, oder haben wir eigentlich so das Wichtigste gesagt, sind Figuren? Äh, ich wollte noch jemand rausbringen, den, äh, den Kommandanten, den vorherigen, ähm, von der Tischur, von der Tischstation? Ähm, die, die rechte Hand war das von der Cara, den fand ich noch ziemlich gut, den Commander Clays-Ashford, der hat mir auch ähm, besonders gut gefallen, ne? Ja, das meinte ich ja, genau, das meinte ich, den meinte ich eben. Ach, aber das war jetzt nicht ach so gut, die haben so ein bisschen gefeitet aber es war eigentlich eher die rechte Hand dann haben wir da ein bisschen Entschuldigung, den fand ich ziemlich gut weil man denkt immer so ein bisschen der ist badass, der wird sich gleich hintergehen aber eigentlich war das eine coole Socke also auch da wo sie da um ihr Leben gekämpft haben, da wo sie eingeklemmt hat und ihnen halt dann einfach gemerkt hat, ja der hat die besseren Argumente, lass denen das Schiff regieren das fand ich schon ziemlich gut Ich fand es schön, dass der auch wirklich so ein ambivalenter Charakter an all dem war wenn da wirklich diese ganzen politischen Intrigen und so mit rein spielen, da kann ich mir vorstellen, dass manche Charaktere da wirklich durch sind und ihm hast du das dann auch tatsächlich zugetraut und ich hätte gern mehr solche Charaktere gesehen als dieses teilweise klassische Gut gegen Böse oder Gut gegen Protomoleküle Ja, der war so schön grau Ja Das meinte ich, da hätte es gern mehr Charaktere von geben können, dann wäre die Serie auch interessanter gewesen, als wenn du da vier Folgen gefühlt mit dieser Stimme der Menschheit die Diskussion hast, wie sie mit der Marsianerin, der ihr irgendwie zu tun haben will und ein bisschen mehr von ihr erfahren will und vier Folgen das erstmal nicht gebacken kriegt Ich dachte, mein Gott tritt das auf der Stelle da hätte ich viel mehr solches ambivalentes Zeug gesehen Noch ein Punkt, den ich wirklich sehr gut finde und da vielleicht jetzt auch mal langsam von den einzelnen Charakteren wechseln, wenn wir jetzt zu anderen Themen Was ich richtig, richtig gut finde ist insgesamt das Thema Design Und Anna, du bist ja als Illustratorin auch jemand, der von Design Ahnung hat Bei Design möchte ich hier gern mal in zwei Dinge unterscheiden nämlich allgemeines Design von so Sachen wie mit dem Protokollmolekül, also insbesondere meinetwegen die Ringe meinetwegen die Frage, dieser komische Kernplanet der in der Mitte von dieser Sphäre ist also wenn alle Ringe führen in so einen armen Zentralraum von dem aus wiederum es in andere Welten geht da gibt es dann diesen Raum halt in der Mitte dann eben, ja keine Ahnung meinetwegen auch in einem gewissen Rahmen zumindest zu Beginn dieses Monster aber vor allem aber möchte ich das Design positiv erwähnen was das Schiffsdesign angeht spätestens als wir nicht etwa die Rosinante das quasi Hauptschiff unserer Crew sondern die Razorback sehen das ist so ein Schiff, so ein Rennschiff in dem die das Mordopfer aus der ersten Staffel und später auch dann noch andere Figuren fliegen, das fand ich irgendwie cool das sah klasse aus ich fand das Design cool es gibt so eine Art Air Force One wo die Avasarala drin rumfliegt das sieht top aus es gibt noch ein anderes Schiff da ist dann eine Art Showdown auch eher so ein reicheres Schiff das ist toll und viele, viele weitere Schiffe die Kriegsschiffe sehen realistisch aus wahrscheinlich würde man Kriegsschiffe so bauen halt und also das Schiffsdesign finde ich nachdem ich jetzt wie gesagt eigentlich alles von Star Trek gesehen habe Star Wars, vielen anderen Serien aktuell auch Orville hat mir wirklich sehr fällt mir positiv auf das Schiffsdesign es war ehrlicher das Design ehrlich ist gut, ja ja weil sagen wir mal ehrlich so so ein kleiner Punker der halt da gerade den Rekord da schaffen will um die Planeten da rumzufliegen der hat kein Raumschiff das fünfmal am Tag vor der Putze gereinigt wird das ist halt einfach dreckig das ist halt da klebt halt irgendwas mit Gafferband da hängt irgendwo ein Smiley das soll halt einfach abgefuckt ausschauen und solche Sachen die haben die haben mehrere Standards an Schiffen und das haben sie richtig gut umgesetzt es gibt den High End Standards der für die Noblen das ist auch sauber natürlich dann gibt es den Mittleren wie die Rosinante und dann gibt es halt einfach den die 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 Harzer Klasse sage ich jetzt mal und oh Gott da gibt es aber eine Szene die muss ich ganz kurz erwähnen weil wir gerade bei diesen bei diesen ähm bei den kleinen Raumschiffen sind die um die Wette fliegen da ist einer mit voll Karacho das erste Mal in die Sphäre rein ach das fand ich klasse oh und 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 ich musste noch mal zurückspielen und mir das ganz genau angucken weil ich hab noch nie so einen Splatter-Moment gehabt das war unfassbar wie halt einfach ihr musst mal legen mit wie viel Geschwindigkeit mit wie viel kmh düsen die da durch sehr viel sehr 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 viel 100 Parsec keine Ahnung auf jeden Fall von dieser Geschwindigkeit auf jetzt der gesamte Körper fletscht nach vorne und das fand ich großartig also die Szene habe ich echt gefeiert ich fand es vor allem lustig hat er da nicht sogar ein Video für seine Ex aufgenommen und das Video hat das dann festgehalten wie er da das Splattert wird ja genau die ganze die ganze Story drumherum fand ich auch gut aber wir sind ja bei den Designs entschuldige ich wollte nicht abschweifen ist ja auch eine Designfrage so Splatter ist eine Sache und so weiter das hatten sie schon ganz gut drauf aber ich finde das halt einfach für jede Ebene des Films das Design einfach gestimmt hat da hast du jetzt den dreckigen Kreuzer die irgendwelche Sachen abgetragen haben der war auch total zerbeult und widerlich und dann hast du halt einfach die geleckten großen Raumschiffe gehabt und auch auf der Erde haben sie das halt einfach schön umgesetzt oben das hat mich ein bisschen an Frankfurt erinnert oben die reichen und schön und unten ist halt so ein bisschen slammig entschuldige dass ich das jetzt gesagt habe alles gut war da jetzt eine Wertung mit drin wir sind ja beide so halb in Frankfurt wir waren früher öfter in Frankfurt Andi kommt ja auch er wohnt so ein bisschen in der Umgebung nee 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 der Andi der kommt aus Dreieich genau aber er ist auf dein Frankfurt wir sind wir sind quasi so halb einheimisch ich habe da jahrelang gewohnt und ich stimme dir schon zu dass es eine Stadt mit zwei Extremen ist ja ja mehreren Extremen aber das sind zwei davon ja ich fand es halt auch schön dass so dieser richtig raue dreckige Look zurückkam den habe ich schon ewig vermisst ich habe sowas seit Alien 1 und 2 nicht mehr gesehen dass Raumschiffe auch durchlebt aussahen und nicht nur wie reine Kulisse sondern dass da auch wirklich in der Umgebung so ein bisschen was passiert ist dass die Umgebung aussieht als wäre da wirklich Geschichte passiert und nicht so glatt geputzt wie der Todesstern zum Beispiel oder The Orville oder andere Science Fiction Filme ich glaube bei Alternate Carbon ist auch nee da ist es nicht so nee Alternate Carbon ist so ein bisschen dreckiger ja stimmt aber es sind gibt es halt einfach zu viele Science Fiction Filme wo alles glatt geleckt ist was einfach nicht realistisch ist genau und das fand ich schön dass mal wieder so dieser dreckige angestaubte Realismus da einzugleiten hat die Optik war für mich so eins als der Highlights also optisch ist das Ding zumindest im Science Fiction Bereich richtig richtig klasse also da da hätte ich gern mehr so hochwertiges Zeug in der Richtung gesehen ja und ich bin nochmal gespannt wie sich das jetzt entwickelt mit der mit dem Übergang zu Prime Video es war aus meiner Sicht schon eine ganz schöne optische Änderung auch wahrzunehmen bei dem Übergang von Staffel 3 auf Staffel 4 insgesamt habe ich den Eindruck als wäre hätte die Serie mehr Budget die Sets sind teilweise größer geworden sind spannender geworden klar wir haben auch viele Aufnahmen auf so einem Planeten das ist also bei Star Trek sind das eher die billigen Folgen wo man da halt eben nicht viel machen muss außer mal irgendwie so ein halbwegs Sci-Fi Haus hinzustellen aber an sich ist da ja viel zu Stein und Berg und Grau und so da ist nicht so viel nötig da wären eher das sind eher so die Sachen die außerhalb dieses ja dieses Camps auf dem Planeten stattfinden also quasi diese weitere Alienrasse diese Gebäude das ist ganz interessant und das fand ich ganz cool und aber das Besondere hier ist ja dass immer wenn wir Szenen haben die auf diesem Planeten spielen das Bildformat sich ändert ist euch das aufgefallen? ja ja das fand ich ganz cool weil das eine gewisse Weite einfach auch geht die Anna hat es bereits gemeint dass wenn die Bobby als jemand der eigentlich vom Mars kommt aber im Grunde nach nur geschlossene Räume kennt oder eben Raumschiffe wenn die plötzlich auf einen Planeten kommt ist die von dem Weitblick den der dass du einfach nach oben hingucken kannst und da ist keine Decke dass sie völlig erschlagen nicht nur physisch sondern auch psychisch und so ein bisschen ist dieses Betreten eines Planeten und damit des Wechsels des Formates von was soll das sein 16 zu 10 ist es dann glaube ich keine Ahnung ich will jetzt nicht falsches sagen das Bild wird schmaler aber breiter wirkt breiter und damit wirkt es insgesamt einfach räumlicher größer freier einfach und das fand ich eine sehr coole Idee irgendwie das stimmt allerdings das ist aber auch nicht gleich am Anfang aufgefallen das haben sie irgendwie so schön leicht untergeschoben dass wenn man sich jetzt nicht damit auskennen würde würde man das glaube ich auch gar nicht bemerken nur vielleicht unterbewussten das haben sie eigentlich schön einfließen lassen ich finde sogar dass da Staffel 4 in der Hinsicht einiges richtig gemacht hat es lag nicht nur an der verringerten Anzahl an Episoden die haben da auch von der Spannungskurve her und von dem Charakterpacing da endlich eine gute Mitte gefunden da ging mir auch unser Hauptdarsteller bei weitem nicht mehr so auf die Nerven irgendwie hatte ich mich da sogar an ihn gewöhnt und hab ihn das so halbwegs abgenommen zum Schluss hin also der wird doch aber gern Ende hin volles Rohr der Messias ja das finde ich schon echt bescheuert das war komplett bescheuert und da kam ich höre Stimmen ah was denn erzähl uns mehr nee das hat mich sogar so ein bisschen an Battlestar Galactica erinnert so ein bisschen dieses Religionsgeschwurbel das Bit dann irgendwann so richtig auf die Nerven ging ich meine nur dass er in seiner Darstellung so ein bisschen besser wurde aber sobald es um Religion bin der geht bin ich da auch halbwegs wieder weg weil ach aber wir waren ja beim Design also das Design von dem Planeten da merkt man auf jeden Fall dass sie da mehr Budget gehabt haben also auch auch diese diese gigantischen Alien-Monumente und auch die wie es drinnen ausschaut die Spezialeffekte sind auch um einiges besser geworden das hat mir echt gut gefallen da sogar die Höhlen Designs und so wo dann diese Schnecken verteilt waren aber das war eine gute Idee fand ich ja darauf wollte ich auch zu sprechen kommen ich fand es nämlich gar nicht so cool echt nicht nur wir haben die Geschnecken irgendwie schon ganz gut gefallen gut die Lösung war dann irgendwie so ein bisschen ah ok und auch wieder von unserem Messias ja der Messias hat es zwar wieder gelöst aber tatsächlich war das nur warum eigentlich nochmal der hatte ja aufgrund dieses Anti-Krebs-Ding in seinem Arm was wirklich so ein Altstack-Waffe ist irgendwie ich verstehe nicht warum man also die haben ja der hat ja quasi alle haben ja was im Auge irgendwie und da kann jetzt sein Anti-Krebs-Zeug halt helfen ich weiß nicht ob die jetzt auch permanent sich mit Anti-Krebs-Zeug spritzen müssen oder ob es jetzt einmalig ist und dann ist es wieder weg aber lassen wir es jetzt erstmal einmalig sein das habe ich jetzt gelesen auch im Zusammenhang mit der Buchvorlage im Buch wäre halt diese emotionale Auseinandersetzung mit der Frage fuck ich erblinde hier mein Leben ändert sich gerade radikal ich sitze irgendwo nirgendwo auf einem fremden Planeten und kann nichts mehr sehen ich werde hier sterben das ist wohl im Buch deutlich emotional als hier in der Serie ist denn hier ist so ein bisschen so bis auf eben ja diesen diesen Amos dem ich so ein bisschen glaube dass er irre wird wobei das auch sehr schnell ging und dann irgendwie auch nicht mehr nachvollziehbar war dafür dass es sonst so ein rationaler Charakter ist bei allen anderen so aber der hatte schon immer so ein bisschen was Irres aber alle anderen hätten viel mehr abdrehen müssen dafür dass sie dann mal gerade eben von dem von der Alienschnecke erblinden also das weiß ich das ist ein Buchvorlage da fand ich das von dem Adolfus also den Typen den Bernd Gorman spielt noch halbwegs realistischer dargestellt wie er darauf reagiert das ist der Anführer auf dem Camp ne genau der Typ ist ja mal gut mal böse mal gut ne Quatsch mal böse mal gut mal böse mal wieder gut und dann am Ende glaube ich doch böse das war mir zu viel hin und her so ich schreibe den halt gerade so wie man ihn gebrauchen kann äh ich ändere meine Gesinnung wie meine Unterhosen er ist das menschliche Protomolekül gewesen eben quasi ja davon gibt es halt so viele Dinge ja keine Ahnung was gibt es denn noch zu sagen ich habe jetzt hier gar nicht mitgeschrieben ich habe mal geguckt wir haben hier zwischen 11 und 13 Episoden pro Staffel das ist eine schöne Länge das Intro ist wunderschön das ist ein wunderschönes das stimmt ja auch toll musikalisch untermalt das gefällt mir richtig gut das Intro ist klasse und dass Anna äh Jared Harris nicht erwähnt hat zeigt dass der echt nur kurz drin vorkam das fand ich schade um den Schauspieler den ich sonst sehr gern sehe ja Jared Harris ist natürlich gut aber der war eher so eine ich habe den eigentlich ehrlich gesagt Schande über mich der hat nur sieben Episoden mitgespielt und am Anfang und Schande über mich ich habe den irgendwie ein bisschen vergessen wo ist der denn sonst noch wichtig wo erkennt man den noch den Jared Harris das ist am Anfang sozusagen der Anführer der Anführer vom Widerstand ja ich meine außerhalb der Serie ach so der war zum Beispiel von Tschernobyl dann hat er ähm bei Sherlock Moriarty gespielt und bei Fringe den David Robert Jones ja dann The Tarot natürlich The Tarot hat er mitgespielt eine meiner absoluten Lieblingsserien also nur die erste Staffel ähm und bei dieser Serie mit Carol Deleving und Orlando Bloom war ja auch kurz mal zu sehen genau und äh ja also er ist ein grandioser Schauspieler in The Tarot und in Tschernobyl also Tschernobyl war ja auch eine eine sensationelle Serie die auch viel die hat auf ihm die Biene 9,4 die er auch sehr viel getragen hat dann hat er noch bei Dings mitgespielt bei ähm ähm Cannibal Row genau das meinte ich das war diese Serie mit Carol Deleving ja auch ganz grandios also der ist eigentlich auch ein Garant für gute Serien das ist mir in letzter Zeit aufgefallen der macht auch viel für HBO okay Cannibal Row der ist jetzt das ist jetzt bei ähm Amazon Prime ähm und ich mag den wirklich der der kann auch sozusagen alles und er war bei diesen unfassbar schlechten Poltergeist Remake jeder darf mal in ein ja okay ein bisschen was es übrigens auch noch vielleicht aus meiner Sicht zu erwähnen gäbe am Anfang von vielen Folgen hast du wie so eine kurze Szene wo du erst nicht weißt hä was für Zusammenhang steht denn das also mir fällt da ein eine Szene wo wir irgendwelche Flüchtlinge auf einer Station sehen ein Vater der seine Tochter liebt und irgendwie wird da nach außen hin kommuniziert da weißt du lange nicht wofür ist das jetzt eigentlich gut du hast diesen schon angesprochenen Typen der da mit sehr hoher Geschwindigkeit quasi ohne aktiven Antrieb sondern durch so Schleuderantrieb oder so Schleudern durch Erdanziehung in Planeten reist den siehst du schon und weißt gar nicht her warum wieso weshalb und gibt es viele weitere solche Szenen die sich erst im Verlauf dann der Serie klären und da auf jeden Fall der Hinweis dass wenn man da dran bleibt und das in Erinnerung behält dann ergibt das plötzlich alles Sinn unter anderem auch eine der allerersten Szenen in der Serie wenn es nicht sogar die erste Szene in Folge 1 ist da sehen wir eine Frau die scheinbar in einem Gefangenentransport ist oder irgendwie aufwacht schwerelos im All schreit um Hilfe und so und auch da wird dann irgendwann klar okay wer ist das warum ist die jetzt hier eigentlich am Start warum ist die so wichtig und so und das ist auch wenn es erstmal irritierend ist insgesamt eine interessante sag ich mal Storytelling Idee das triggert dich dann so und das löst sich dann auch dann so angenehm auf das stimmt da hast du recht da wo man dann da drauf kommt was das eigentlich ist dann so ah so das ist so ein bisschen wie so ein Dorn der irgendwie so im Nacken die ganze Zeit piekst und dann ah da war doch noch was und dann ach so jetzt hat das jetzt haben wir den Stachel gezogen sehr schön das haben sie echt gut umgesetzt das stimmt jo wir haben viele tolle Stationen hier und generell auch diese ach vielleicht noch zum Schluss wie hat euch so dieses Gürtlertum gefallen dieses wie soll was sagen die immer ich hatte eben diesen Spruch noch auf den Lippen Belta Loda sagen die glaube ich was so viel heißt wahrscheinlich wie lang lebe der Gürtel und Belta Loda ist generell dieses ganze Sprachding ich habe jetzt wirklich nur die deutsche Synchro gesehen aber die haben ja einen Slang bis hin zu einer eigenen Sprache etabliert für diese Gürtler wie hat euch das alles gefallen also den Style von den Gürtlern der hat mir sehr gut gefallen vor allem weil man dann auch so diese Ungerechtigkeit miterlebt hat das ist jetzt eigentlich so die Arbeiterklasse die eigentlich alles am Laufen hält aber die werden halt unglaublich schlecht bezahlt das ist halt einfach auch in der Zukunft gibt es diese Dreiklassengesellschaft das ist ja eigentlich eine Dreiklassengesellschaft und auch mit den ganzen Ausschreitungen und den ganzen Demonstrationen es hat mir schon echt gut gefallen und es war auch glaubwürdig also ich fand es sehr glaubwürdig mir hat es echt gut gefallen ich fand die Gürtler haben für die interessantesten Konflikte gesorgt deswegen waren die für mich auch irgendwie mit am besten ausgearbeitet und ich fand die tatsächlich mit am interessantesten an der Serie würde ich sagen weil die einfach dieses Worldbuilding total verstärkt haben auf denen ist es gefußt und das der Arbeitsklasse das passt irgendwie dann total die haben diese Tattoos und wie gesagt diese eigene Sprache die fühlen sich immer halt wie die Arbeiterklasse die sich halt eben auch auflehnt und im Laufe der Serie auch immer mehr quasi an Einfluss auch gewinnt das ist alles echt ganz interessant gemacht wie dann einfach auch dieses Mache-Mächte-Verhältnis zwischen Erde Mars und dann eben auch den Gürtlern sich ändert das fand ich schon echt ganz cool irgendwie auch eine eigene Ideologie die da mitschwingt und so genau yo ich glaube ich habe jetzt schon echt hier eine ganze Menge Punkte genannt ihr habt vielleicht noch was ne eigentlich hast du uns mit die Punkte genannt also es war eigentlich haben wir eigentlich alles abgedeckt oder ja also bis auf dass ich den einen dass ich Jar Terres vergessen habe haben wir eigentlich jetzt alles abgedeckt eine Sache eine Sache wir spielen auch mit ja bin ich gespannt kann man dazu sagen spoil mir noch nichts ich habe erst glaube ich vier oder fünf Folgen gesehen aber da war der Typ schon dabei das war der Mann von Bortus der Kleiden also Chad Coleman ja gut okay dass ich den nicht wieder erkannt habe unter der Maske unter der Maske ja okay was hast du noch jetzt war will ich mit euch noch ein bisschen spekulieren ich würde gerne jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen mit euch drüber nachdenken ihr habt doch die Buchreihe auch nicht gelesen oder nein aber ich habe die ersten fünf Minuten auf Audible gehört ja gut aber das ist ja letztlich die ersten fünf Minuten ist ja jetzt ist nicht nennenswert das ist ja alles das was in der Serie schon vorkam oder ja 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 genau also ich will damit sagen wir könnten uns doch jetzt mal vor uns hin spekulieren was wir gerne noch sehen würden oder aber was wir glauben wie es weiter geht ich würde erst mal eine Wertung geben und dann können wir spekulieren ja können wir auch machen ich bin doch ganz frei dann fang doch mal an mit deiner Bewertung und vielleicht auch deinem Fazit ich war wie du es so schön gesagt hast auch in so einer Art Hassliebe zu der Serie in seinen besten Momenten ist es für mich sogar eine 4 von 10 in seinen schlechtesten Momenten also in den Dialogen und so da wirkt das teilweise ungewollt komisch und trashig da würde ich sogar auf 3 von 5 runtergehen deswegen ich tue mich da schwer mit der Bewertung und vergebe so insgesamt einfach wegen den Abzügen so 3,25 Protomoleküle es liegt auf der Hand es liegt auf der Hand das muss ein Protomoleküle ja natürlich okay Anna wie sieht es bei dir aus also ich war ein bisschen positiver von der Serie also ich mochte die Serie mehr vor allem nachdem sie mir ein bisschen PK wieder gerettet hat also technisch würde ich fast eine 3,567 so geben weil ich mag die Serie wirklich weil das Design macht Sinn die Charaktere machen zu 60% bis 70% sind sympathisch und viele verbessern sich auch und ich bin auf jeden Fall gespannt wie es weitergeht außer sie töten den Amos den genau ja ich würde mich ungefähr bei euch einordnen gebe auch so dreieinhalb glaube ich von 5 Protomolekülen aus genau den genannten Punkten ich finde die Action-Szenen meistens gut ich finde die Weltraumschlachten gut ich finde alles was so militärisch wirkt meistens gut dargestellt ich finde die Designs toll ich finde die Charakterentwicklung gut und ich habe halt mega Bock auch noch mehr zu erfahren es gibt Dinge die nerven mich unter anderem der komplette Plot der jetzt auf uns zukommen wird mit Naomi und ihrem Sohn habe ich jetzt schon keinen Bock drauf mir ist scheißegal da weiß ich genau das ist ein mega aufgeblähter Teil der in Staffel 5 da auf mich zukommt ich würde gerne lieber viel mehr davon sehen wie die Gürtler sich jetzt noch ranmachen also die haben ja jetzt dieses Schiff egal darauf können wir glaube ich gleich zu sprechen aber also die Synchro ist echt nicht so prall und insgesamt deswegen ja schon gut gemeint 3 von 5 weil eben dieser Sci-Fi Bonus dabei ist den ich immer gern gebe yo das zur Bewertung und dann komme ich auch gleich auf die Dinge die ich jetzt schon angeschnitten hatte nochmal was ich mir so von den zukünftigen Dingen erwarte und ich könnte mir zum Beispiel echt ganz gut vorstellen dass wir jetzt hier auf diesem Schiff das wir da haben was die Gürtler haben die haben jetzt ein Schiff geklaut ich weiß nicht ob es die Tüchow ist Tüchow war die Station glaube ich wer heißt denn dieses Schiff das die haben wisst ihr das aus dem Ziel greif ach das war das von diesen religiösen von den Zeugen Jehovas oder genau das Ding ist ja letztlich auch und so wird es ja auch genannt so eine Art neue Arche oder sowas also für die Gürtler ein transzentraler Punkt mit einer wichtigen ja nicht für die Gürtler das war wirklich nur für die Zeugen Jehovas aber jeder konnte halt der Religion beitreten nee eben nicht also ich rede nicht nee nee es hat ja eine neue Bedeutung eine neue wichtige fast schon religiöse Bedeutung durch den Standpunkt bei den Ringen und aber auch weil es eine große wichtige Station ist und auch ein Treffpunkt für die Gürtler und aber auch für die anderen nämlich auch für den Mars und auch für die Menschen hat es so diesen heilige Hallen äh Aspekt das wird auch in der Serie irgendwie so ähnlich genannt und ja aber das ist eher zufällig ja genau und es wird zusätzlich aber noch untermalt durch die alten Bilder von diesen Zeugen Jehovas das kommt quasi als kriegt wie es scheint wieder die Bedeutung die es ursprünglich mal hätte haben sollen dieses Schiff oder eine ähnliche das ist mein Eindruck und das fände ich irgendwie auch cool ich will mehr von diesem Gürtler Ding sehen ich will mehr sehen dass man den Respekt abgewinnt dass man eben dieses meinetwegen auch so echte Leben hier regieren Leute und hier haben Leute einen Überblick und verwalten Dinge die das echte Leben kennengelernt haben das finde ich irgendwie cool das will ich mehr sehen ich will auf jeden Fall mehr von den Gürtlern sehen die waren wie ich erwähnt habe für mich der interessanteste Aspekt neben diesen coolen optischen Spielereien die es in der Serie immer wieder mal gibt ja ich glaube halt einfach dass also Spekulation dass die Gürtler halt jetzt einfach auch ihren eigenen Planeten kriegen und da ihre Basis aufbauen können ob es jetzt der Planet ist weiß ich jetzt nicht ich glaube der ist eher so wie bei Prometheus da sterben dann alle oder müssen fliehen ähm und aber dass die halt einfach einen festen Standpunkt kriegen irgendwo einen festen Platz und dann halt einfach von da aus agieren und ich denke auch es wird zum großen Krieg kommen zum richtig großen wer gegen wen Mars gegen Erde und beide gegen die Gürtler oh das glaube ich schon nicht mehr weißt du nicht ich glaube das Thema ist sowas von durchgelutscht das haben alle kein Interesse es gibt keinen Grund mehr für einen Krieg es gibt ja sogar Marsianer die nicht mal mehr auf dem Mars bleiben wollen das war ja in den ersten drei Staffeln das große Thema die wollen ja den Mars durch Terraforming zu ihrer neuen lebenswerten Heimat machen und beneiden und verachten die Erdlinge dafür dass sie ihren Planeten so benutzen jetzt aber wo die auf Millionen andere Welten gehen können die auch potenzielle Heimaten sein können gibt es ja Marsia deswegen ist die Arbeitslosenquote gerade so hoch die die ganzen vom Militär brauchen werden alle nicht mehr gebraucht ich glaube das wird den Krieg zwischen Erde und Mars der wird gar keine Rolle mehr spielen es wird eher um die anderen Planeten gehen die sie jetzt besielen können wenn sie nochmal Krieg anfangen aber es wird nicht mehr derselbe Krieg sein der sich jetzt die letzten Staffeln so angeteasert hatte das ist ja jetzt echt gegessen würde ich sagen ja aber ich glaube schon dass es in irgendeiner Form noch eine große Schlacht geben wird ja es wird eine Schlacht geben aber es ist nicht mehr der Holden wird eine Seite anführen wie John Snow das ist ja sein Ding Seitenanführen ist genau sein Entschuldigung dass der Vergleich nochmal kommt aber es ist so ich sehe die ganze Zeit schon Snow nur in Schlagsiger vor mir ja nicht nur das er hat sich noch nicht mal so großartig bewährt und trotzdem sagen alle ey Holen hast du gut gemacht wir sind alle stolz auf dich und ich denke ehrlich jetzt aber findet ihr nicht dass das eigentlich völlig klar ist was der langfristige Weg sein wird auch für die große Überhandlung die sich immer an diesem Protomolekül entlang zieht also so wie ich das zuletzt verstanden habe ist das Protomolekül ja stellvertretend für eine Rasse meinetwegen ist das Molekül selbst auch die Rasse nee egal und dieses Molekül hat von diesem Sphärenraum nenne ich es mal also wo alles so langsam ist und in der Mitte dieser Planet ist von diesem Planeten aus hat es andere Zivilisationen vernichtet und zerstört mit diesem Strahl den es scheinbar durch die durch diese Roche da schicken kann das haben wir auch schon gesehen dass es Sonnen verdunkelt hat das also die eine große böse Seite die es in irgendeiner Form noch gibt das Protomolekül werden die bis zum Erbrechen ausreizen und auf der anderen Seite haben wir ja diese riesen Pyramiden die auf diesem einen Planeten zu finden sind die ja auch von einer ehemaligen Alien Spezies des Stammenschein aber eben nicht vom Protomolekül sondern so wie ich das verstanden habe von einer Rasse die das Protomolekül oder eben die Rasse des Protomoleküls vernichtet hat das heißt also wir haben hier zwei alte mehr oder weniger ausgestorbene Rassen und so ganz so inaktiv sind beide Rassen dann doch nicht wie es scheint ja aber jetzt ist die Frage jetzt ist die Frage warum hat dann das Protomolekül den Menschen geholfen wenn es schon die ganzen vernichtet hat das Protomolekül sozusagen den Menschen geholfen zu anderen Welten zu kommen das hat es glaube ich nicht mit Absicht ja doch eigentlich schon mit Absicht weil der eine ist dann in diese Ebene reingeflasht mit 8.000 8.000 Milliarden Sachen was sage ich denn und ist halt dann an der Windschutzscheibe dran geklatscht aber wenn du jetzt langsam da rein fährst dann ist es in Ordnung dann bist du keine Bedrohung und wenn du keine Bedrohung bist also es kann schon unterscheiden das stimmt und das Protomolekül hat ja auch die Form von Miller angenommen ja genau das stimmt und Miller hat ich denke auch dass Miller nicht komplett weg vom Fenster ist dass er jetzt schon wieder als Bindeglied zwischen dem Protomolekül dienen wird und das so ein bisschen noch zu vermenschlichen das hattest du davor nicht und das hast du jetzt seit der vierten Staffel ja als Erscheinung von Messias wahrscheinlich wieder generell würde ich gern glaube ich noch mehr so Alien Kram sehen also viel mehr von diesen anderen Rassen gern auch lebende Rassen gern auch richtige Aliens und seien sie eben menschenähnlich oder nicht die sind ja auch alle alles was hier Alien ist ist ja im Gegensatz zu Orwell und Star Trek eben nicht humanoid sondern irgendwie anders das finde ich eigentlich cool ja das ist auch mal ein anderer Ansatz weil Star Trek ist halt einfach ein viel verwendeter Ansatz und wie du schon gesagt hast aber ich habe echt keinen Bock auf den Sohn von der Naomi aber das wurde bestätigt dass das kommen wird ja schon aber auch also manche Familien Soaps wie du gemeint hast die interessieren mich da aber einfach auch gar nicht in der Serie die müssen einfach ein bisschen weniger Soap mehr coole Alien Rasse Gürtler Problematik ich sag's so das ist auch genau das was mich an dieser Walking Dead Serie irgendwann angefangen hat zu stören mich interessiert mehr so dieses Besiedeln der Planeten und alles aber mich interessiert jetzt nicht wer mit wem da in die Kiste springt also irgendwann ist einem das auch relativ egal man will so diese Aspekte von der Science Fiction sehen die vielleicht die letzten Jahre nicht beackert werden und keine Weltraumsoap haben ja da gab es schon andere Serien die das mehr oder weniger erfolgreich gemacht haben ich ja ich finde es aber auch schön übrigens diesen Aspekt dass du diese Trostlosigkeit des Weltalls kommt bei The Expanse super gut durch da sterben da sterben mal eben Hunderttausende aus so einem Asteroiden der bevölkert ist und das ist voll schlimm und so aber du merkst halt das sind einfach auch alles nur so Schicksale oder wenn die Gürtler Ganymed heißt der Planet glaube ich und da geht es dann darum von diesem Planeten wegzukommen und du merkst einfach okay auf dieses Schiff hier können wir eben jetzt hier nicht alle 500 Leute sondern nur 50 Leute packen wie dann Leute sich teilweise aufopfern und so und bereit sind für die Sache zu sterben und so also wirklich diese Trostlosigkeit bringt The Expanse auch sehr gut drüber ja das stimmt da gab es auch eine ganz große Szene wo der Onkel seinen Neffen einfach mal aus dem Schiff rausgeschleudert hat und der erste Mal da im Nichts ein paar Stunden lang rumgeschwebt ist das fand ich auch schon sehr beeindruckend das also das hat mich das hat mich so ein bisschen an Gravity erinnert das zwischendrin das war sehr mies aber ja ne ne der hat ihn ja dadurch gerettet das war eine Rettungsaktion von ihm ja so hat der Neff jetzt interpretiert zu dem Zeitpunkt hat der Onkel das aber nicht so gesehen achso ich hab gedacht der wollte da irgendwo was ne der Onkel der hat ja der hat ja eine Attacke gemacht im Anschluss auf dem Marsianerschiff oder sowas ja genau aber das hat er genauso gut auch mit dem also ob er den Jungen jetzt mitnimmt und der Junge stirbt bei dem Angriff auf das Marsianerschiff oder aber er lässt den Jungen verrecken in der Kälte so hat er gut so hat er eben eventuell noch die Chance gegeben gefunden zu werden aber das war nicht absehbar dass es so gekommen ist es halt gekommen ja er wollte ihm halt aber schon die Chance geben da irgendwie aber das alleine diese 50-50 ja es war nicht immer eine 50-50 Chance es war Rettung zu 10% weil das ist ja wie ja eine Nadel im Heuhaufen funktioniert jetzt nicht so da bei dem es war eben so ja also ist egal er hat ihn halt nicht direkt umgebracht sondern hat ihm noch eine Chance zumindest eingeräumt ja genau aber ja aber allein die Chance da und das ist überhaupt eine Horrorvorstellung im All rumzutreiben sehr beklemmend aber das haben sie echt gut umgesetzt gerade diese dass er diese Entscheidung da überhaupt treffen musste das war für mich tatsächlich einer der beklemmendsten Momente in der Serie also ich will nicht vor der Entscheidung irgendwann stehen müssen sehr gut glaube ich wirst du nicht sehr sehr gut ich glaube wir haben jetzt schon eine ganze Menge wichtige Dinge gesagt wir haben unser Fazit gezogen und mal ein bisschen spekuliert wie die Zukunft eventuell aussehen könnte was ich über die Zukunft aber definitiv schon sagen kann ist dass wir in der Runde auf jeden Fall nochmal zusammentreffen werden es gibt eine ganze Menge Dinge die wir noch besprechen sollten und ich glaube die Orville haben wir als nächstes auf dem Plan oder? ja gerne Anna bist du dabei? ja aber welche Staffel ist jetzt draußen? es gibt ja zwei es sind nur zwei draußen und die erste beiden achso ja dann kann ich ja gleich mitmachen sehr gut ich bin noch in der ersten ich habe aber schon gelesen dass die dritte in Vorbereitung ist die hatten jetzt auch natürlich coronabedingt Produktionsstopp und deswegen war da erstmal alles auf Eis und so aber es gibt bereits Gespräche für die dritte achso ja weil du gesagt hast The Expense ist nicht die beste es gibt mehrere und zwar Alternativen zu The Expense ja da reinkrätschen oder klar gut ist zum Beispiel die erste Staffel von Alternate Carbon die fand ich auch cool dann The Orville ist grandios Firefly ja und Star Trek fand ich auch schon ich werfe jetzt auch mal klassisch eine Anime-Serie rein die man auf Netflix schauen kann Cowboy Bebop das ist ja quasi die Anime-Version von Firefly ist das ist ein guter Vergleich ich werde auf jeden Fall noch in die beiden anderen Netflix-Serien reingucken die es auch gibt das eine ist Another Life glaube ich heißt es und dann gibt es noch was mit mit diesem Roboter da kommt jetzt auch bald die dritte Staffel wie heißt denn das irgendwas mit Planet glaube ich oder so keine Ahnung wie das heißt keine Ahnung das Another Life ist auf jeden Fall das eine genau Snowpiercer ist jetzt auch gerade aber ich und Lost in Space Lost in Space ist die andere Lost in Space den habe ich übrigens auch gesehen die beiden Sehnen stehen bei mir nach The Orville an genau ja gut also Lost in Space ist spannend wird aber in der zweiten Staffel ein bisschen fader ist aber wohl mit der dritten Staffel dann noch abgeschlossen das ist so eine fertige Oh ja 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 was ich ein bisschen schade finde ist dass es Snowpiercer nochmal neu aufgewärmt haben aber damit eine 80er Jahre äh Mikrowelle die fast nicht mehr funktioniert die ist echt das ist echt traurig äh was die Osnopiercer gemacht haben das hätte schon fast einen eigenen Hatecast verdient also ich hab da die ersten drei Folgen gesehen wir können die Sachen da eingehen nein denn ich würde einfach mal hier ganz kackdreist Werbung machen für die Kollegen von Movie Break die machen hier regelmäßige Recaps von jeder Folge und sie haben schon irgendwie gleich zu Beginn der Besprechung der dritten Folge gesagt dass wenn sie das jetzt hier nicht im Rahmen von Recaps besprechen würden sie die Serie wieder abgebrochen hätten ich denke das sagt alles aus und soll es wohl auch erstmal gewesen sein zur Serie Snowpiercer vielleicht der arme Space Force das muss was heißen Jo geil Anna Patrick vielen Dank ich wünsche euch einen guten Flug und Beltaloda Ja Yippie Ja Das ist der Weg Danke euch Ciao Ciao Gut bis dann Ciao